Aus der Reihe Philosophische Gedankenexperimente Hier und jetzt Fürst und Schuster Freierzählt nach einem Gedankenexperiment von John Locke Stellen wir uns einmal vor, wir betrachten ein Kinderfoto von uns selbst. Dann können wir leicht auf das fotografierte Baby zeigen und sagen, das bin ich. Und wir nehmen auch an, dass es eines Tages eine alte Person geben wird, die beim Betrachten desselben Bildes sagen kann, das bin ich. Doch was genau ist der Grund dafür, dass das Baby, ich in diesem Moment und der alte Mensch ein und dieselbe Person sind? Um herauszufinden, worauf unsere Identität als Person basiert, können wir uns überlegen, welche Veränderungen eine Person überleben könnte und welche nicht. Der Philosoph John Locke stellt sich dazu vor, dass ein Fürst und ein Schuster über Nacht ihre Seelen tauschen. Wer ist danach der Schuster? Und wer der Fürst? Wir könnten einerseits die Kontinuität des Körpers für ausschlaggebend halten. Dann würde der Fürstenkörper darüber entscheiden, wer nach dem Seelentausch der Fürst ist. Andererseits könnte über die Identität nicht der Körper, sondern die Kontinuität der Seele entscheiden. Locke glaubt, dass immer die Person, die die Erinnerungen des Fürsten hat, der Fürst ist, unabhängig davon, in welchem Körper sie sich befindet. Aber das führt in Schwierigkeiten. Stellen wir uns mit John Perry eine Art Auffrischung für die Seele vor. Dabei wird das Gehirn entnommen, Neuron für Neuron nachgebaut, vielleicht mit einem 3D-Drucker und anschließend wieder eingesetzt. Das Verfahren gilt als völlig sicher und erfrischend für das Gehirn. Eines Tages geschieht jedoch einem Reinigungsmitarbeiter ein Missgeschick. Bei der Entnahme fällt das Gehirn von Frau Fürst zu Boden und zerplatzt. Glücklicherweise wurde gerade auch das Gehirn von Frau Schuster entnommen und der Mitarbeiter beschließt, von diesem einfach zwei Kopien anzufertigen. Er setzt eine Kopie von Frau Schusters Gehirn wieder in ihren Körper ein und die andere in den Körper von Frau Fürst. Wer von den beiden ist jetzt Frau Schuster? Oder gibt es Frau Schuster jetzt zweimal? Und was ist mit Frau Fürst? Wenn wir die Kontinuität der Erinnerung oder des Geistes für entscheidend halten, müssen wir wohl sagen, dass die Frau Schuster vor der Reinigung, sowohl mit Frau Schuster nach der Reinigung, als auch mit dem Wesen, das früher Frau Fürst war, identisch ist. Wie merkwürdig diese Annahme ist, können wir uns mit Derek Parfitts Gedankenexperiment der Teletransportiermaschine klar machen, mit deren Hilfe eine Person beispielsweise zum Mars reisen kann. Die Maschine transportiert allerdings nicht den Körper, sondern macht einen Scan, den sie per Funk an einen zweiten Apparat auf dem Mars übermittelt. Dort wird die Mars reisende Molekül für Molekül aus Marsmaterie nachgebaut. Während die Person auf dem Mars erwacht, wird das Original in der Erdmaschine zerstört. Denken wir, dass das eine Möglichkeit zu reisen ist? Käme also die Reisende selbst auf dem Mars an? Würden wir das auch annehmen, wenn die Reisende in der Erdmaschine aufgrund einer technischen Störung nicht zerstört wird? Oder stellen wir uns vor, dass die Marsmaschine aufgrund eines Defekts tausend Kopien anfertigt? Gäbe es die Person dann tausend und ein Mal? Parfitt findet das nicht so schlimm. Er meint, dass man personelle Identität ohnehin nicht so wichtig nehmen sollte. Aber ist nicht doch der Körper entscheidend? Und unsere Reisende ist einfach die ganze Zeit auf der Erde geblieben? Untertitelung des ZDF für funk, 2017